Herr Palmer, egal ob Corona oder Flüchtlinge, auch Sie haben immer schon mal ganz gern provoziert, vor allen Dingen sicherlich Ihre eigene Partei, aber sich auch da zum Kronzeugen der Rechten gemacht. Würden Sie heute sagen, es kommt auf den Ton an, es kommt natürlich auf den Inhalt an, aber es kommt auch auf die Art und Weise an, in der man spricht? Ich habe jedenfalls die Erfahrungen, die ein Josef Liegers gerade macht, schon viele Jahre gemacht und ich kenne die Mechanismen und ich kritisiere diese Mechanismen und ich werde nicht anfangen, deswegen leiser, stiller oder mit der Schere im Kopf zu argumentieren. Denn was wir hier erleben, sind eingeübte Rituale, die Empörung, die Cancel Culture, dass so viele da ihre Videos dementiert haben, gelöscht haben, das ist die klassische Reaktion, man wird so unter Druck gesetzt, bis man nicht mehr zu dem steht, was man gesagt hat, wurde mit mir oft versucht, ich lasse mich davon aber nicht wegdrücken und ich sehe das Kopfschütteln, ich sehe das völlig anders. Dabei wird immer die Urteilskraft der Menschen unterschätzt. Die Leute sind gar nicht blöd, das sind mündige Bürger, die können das beurteilen, die stimmen Liefers zu oder auch nicht und die brauchen keine Vordenker, die ihnen schon klar machen, was die gute Seite der Macht ist. Und es ist eben auch nicht so, dass die Lockdown-Maßnahmen die einzige Möglichkeit sind, eine Pandemie zu bekämpfen. Wer eine Lockdown-Maßnahme kritisiert, ist deswegen niemand, der es billigen würde, dass Menschen auf die Intensivstationen kommen. Also es gibt ganz viele Menschen, die erleichtert sind und ausgeatmet haben, weil es diese Aktion gab. Das war nicht Spalten, sondern Demokratie, sagt Lord Darendorf, wirkt streitintegrierend. Wir müssen miteinander streiten, um im Gespräch und zusammen zu bleiben. Und ich finde es großartig, was diese Künstler sich hier getraut haben und dass wir deswegen jetzt anders diskutieren als noch vor einer Woche. Danke, Herr Liefers, für diese Aktion.